Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nummero 24 im Adventskalender. Und bevor jetzt hier gleich Panik austritt, wenn hier keine Starcoins drin sind, kann ich direkt dazu sagen, bei StarCyber ist es immer so, dass am 24. andere Dinge drin sind und am 25. dann erst die große Belohnung einhergeht. Aber wir gucken uns erstmal an, was ist drin im Türchen Nummero 24? Jules. Ja, Jules, ne? Jules ist ein kleines Haustier. Oh mein Gott. Da müssen wir doch einfach direkt mal gucken. So sieht Jules aus als Haustier. Ist ein Julebock. Das heißt, wir bekommen morgen ein Julebock-Haustier, was... Ich muss mal sagen, wenn wir uns das mal angucken... Okay, geht das gerade schlecht? Ich muss mal gerade schauen, ob wir hier noch eine... Ah, ich habe auf dem Account leider kein StarRider-Pack. Also ich habe da keine Satteltasche hier. Ja, also es ist deutlich heller mit ein bisschen Blau. Also für Leute, die noch keinen Julebock haben, ist es definitiv eine coole Sache. Kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist eine coole Sache für Leute, die noch kein Julebock-Haustier haben. Ich würde sagen, für die Leute, die schon ein Julebock-Haustier haben, ja. Ich glaube, die Leute hätten sich mehr über ein Gratis-Haustier im Bereich von Snubbel gefreut, klar. Aber das ist natürlich dann das Verkaufsargument von Snubbel nicht gegeben. Von daher, es ist nett, ein Julebock zu bekommen. Gerade für alle, die noch nicht in der Lage waren, ein Julebock zu bekommen. Sieht definitiv gar nicht so schlecht aus als Haustier. Und ich glaube, dass sich da viele Leute drüber freuen, nämlich dann ihr erstes Julebock-Haustier zu bekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bin gespannt über eure Meinung zum neuen Haustier vom Kalender. Bis dann. Ciao, ciao.